Hey Leute, hier ist der Rex03 mit einem neuen Video und zwar heute mit einem Video zu der 2019 erschienenen Lego Corner Garage und zwar der Set Nummer 10264 und einen 2569 Stein für eine UFP von ich glaube 180 Euro damals erschienen und ja dabei sind zwei Fahrzeuge, ein Hund und sechs Minifiguren. Fangen wir mit dem Hund an, ist jetzt nichts besonderes vorne im Print auf dem Gesicht und sonst gar nichts. Trotzdem ein schönes kleines mit dabei sein. Dann haben wir einmal einen Bewohner dieses Hauses mit einem coolen Pulli und keinem Wendegesicht, aber dafür ist er, oh ja, da ist er weg. Dann haben wir einen Arzt, der eine Arztpraxis über der Werkstatt hat, auch kein Wendegesicht, aber dafür ein schönes an sich, ein schönes Gesicht und ein schöner Print auf dem Torso. Dann eine, ja, eine kleine, ein kleines Mädchen mit einem Wendegesicht und zwar guckt sie etwas traurig und sie hat ihren Hasen in der Arztpraxis abgegeben. Vielleicht ist da irgendwas passiert und ja, dann haben wir hier noch eine Rollerfahrerin, würde ich jetzt mal sagen. Auch kein Wendegesicht, es haben die wenigsten Figuren in dem Set tatsächlich, aber ja, der Roller, der da unten steht, ähm, gehört ihr und dazu hat sie auch noch einen Helm, den sie aufsetzen kann und die beiden letzten Minifiguren sind, ähm, zwei Mitarbeiter und sie hat einmal ein schönes Duo molded, ähm, ja, Headpiece mit den Haaren und der Cap und die hat einfach nur eine normale Cap, aber dafür hat sie als zweite Figur noch ein Wendegesicht ohne Öl im Gesicht. Er hat hinten keins, aber beides dieselben Torsos. Dann haben wir einmal hier ihr, ja, ihr Motorrad, was jetzt, äh, nicht ihr Motorrad, ihr Roller, ist jetzt nichts Spannendes mit so einem kleinen, ja, Ständer unten dran und den Helm jetzt auch kein besonderes Teil. Dann haben wir hier einmal das Abschleppwagen, Auto, Mobil, Gefährt, Brumbrumding und, ähm, ja, das Eckstee ganz cool gebaut. Man kann es hier vorne abnehmen und in den, äh, angedeuteten Motor reinschauen. Dann hat man links und rechts so zwei Spiegel und es hat tatsächlich eine Tür, noch eine Tür, ein Lenker und ein Sitz, das ist bei Lego ja gefühlt schon, äh, Sonderausstattung, Mega-Sportwagen, äh, in Einrichtung und hinten noch so eine, ja, so eine Hebe, ähm, damit man das einmal hochziehen kann und damit Autos abschleppt. Ist auf jeden Fall ganz gut gehalten, ich mag auch die beiden Blautöne, die hier verbaut sind und vorne, von vorne sieht es auch schön aus, aber ich würde sagen, geht es weiter zu dem Gebäude. Dann haben wir hier einmal das Gebäude an sich, die, ähm, Corner Garage, ist ein, oh, ist ein Eckgebäude, im, ja, ein relativ interessantes Eckgebäude, weil es halt vorne relativ viel Platz hat, wenn man das jetzt sieht, es ist nämlich eine Tankstelle mit angebaut, wie, ähm, das tatsächlich, glaube ich, vorher und nachher noch nicht so war oder noch nicht so gewesen ist bis jetzt wieder. Ist auf jeden Fall ganz schön, es hat auch ein, ähm, ja, ich zeige euch mal dazu zu, einen interessanten Farbton, weil das eher so, was ist das, Dark Orange mäßig ist und das, ja, ist halt wirklich eine interessante Farbe zu bauen. Das Set wurde auch gar nicht so gemocht, ich verstehe nicht warum, ich mag das ja tatsächlich gerne. Es sind jetzt, ja, schöne kleine Details dabei, hier Joes, äh, kann man ganz gut zeigen, der ist so ein Stern, Joes Garage bei Accident We Met, äh, ist ganz cool und daneben hier, auch nochmal angedeutet, der Stern, aber dieses Mal mit einem Werkzeug drauf und, ja, wir haben einmal auf der Front hier, würde ich sagen, das ist die Front, auch schön mit den, äh, ganzen Verzierungen immer durch, finde ich sehr schön und die beiden Seiten sind auch, ähm, interessant gemacht. Ja, wenn man hier runterguckt, ähm, haben wir einmal das Oktangas und zwar das von Lego, ja, selbst erfundene, die selbst erfundene Tankstellenmarke, ist auch ganz schön mit dem Zapfhahn hier hinten oder da unten dran, kann man ganz kurz gucken, ob man besser Licht reinbekommt, ja. Ähm, an sich ganz schön gebaut, auch mit dem Oktangas oben drauf, gefällt mir und die Einfahrt ist auch super schön und wenn man jetzt von hier reinguckt, kann man, ähm, in den, in den Laden hinten reingucken, so ein bisschen, da sieht man schon, so, ich würde sagen, Flaschen und, ähm, Räder, die da hinten angedeutet sind. Das Licht wieder richtig machen und dann haben wir hier auf der Seite natürlich die essentiell wichtige weiße Laterne in jedem Modular Building und eine Garage, wo halt kaputte Autos reingeliefert werden, wenn man hier an dem Rad an der Seite dreht. Ähm, ja, kann man auch die, äh, diese, diese Tür oder das, ähm, das Teil mir fällt dann aber gar nicht ein aufmachen, ist auf jeden Fall ganz cool. Und da hat man hier noch, wie gesagt, diesen, diesen hellgrauen Weg mittendrin und auf der anderen Seite einen kleinen Baum und ein, ähm, Eingang zu der Tierarztpraxis, wenn man die Tür öffnet, dann sieht man das auf jeden Fall gleich. Dann würde ich sagen, wenn wir das Dach haben, dann zeige ich euch, wie es drin aussieht. So, ich habe jetzt auch mal die Kamera in die Hand genommen, ein bisschen mehr Licht reingelassen, würde ich sagen, fangen wir einmal hier oben an, haben wir, ja, einmal so eine kleine Liege mit einem Sonnenschirm und einem kleinen Beet. Und jetzt hier nichts wirklich Spezielles, bis auf den Ausgang noch, wo man, ich glaube, das könnte man auch abnehmen, wenn man da genug dran zieht, aber hier könnte man, da kann man dann durch eine Leiter, die ihr dann gleich innen drin seht, auch runter in das Gebäude und dann, ja, kann man das Dach wieder als separaten Teil abnehmen. Und man hat einmal die Wohnung von, ähm, dem jungen Herrn, der mir gerade einmal von runtergefallen ist. Ähm, ist ganz cool gebaut, ist eine schöne kleine Wohnung, ist ein bisschen komisch aufgebaut von der, von der Strukturierung her, aber gut, wie gesagt, haben wir einmal hier den Durchgang, da kommt man hoch aus dem, ja, aus dem unteren Abteil, der, aus dem unteren, ähm, ja, unteren Abteil der unteren, äh, der Wohnung, hat einen Fernseher, also unterteils Hauses, hat einen Fernseher, hat eine kleine Küche, eine kleine Küchenzeile mit, äh, Sachen da drauf und hier, äh, ein paar Utensilien, wenn eine Uhr, die etwas schief gedruckt ist, wenn ihr hier drauf achtet, die ist, äh, links mehr als sie rechts ist. Dann haben wir hier ein, das finde ich ein bisschen komisch, dass es so aufgebaut ist, ähm, ich krieg's nicht auf, deswegen machen wir das Dach auf, viel zu anstrengend. Eine kleine Toilette, vielleicht krieg ich das Ding hier doch noch auf, ja, da eine kleine Toilette ist da hinten und deswegen, ich weiß nicht, so Toilette neben der Küche und neben seinem Schlafplatz ist, ähm, auch mal was Neues, zumindest so eine Toilette, so nicht irgendwie nochmal durch einen separaten großen Raum abgetrennt, aber gut, dann haben wir hier an der Wand einmal ein, ähm, ähm, ja, Rock'n'Roll Poster und eine kleine Bahn, die da hängt und halt, wie gesagt, die Pritsche, die ist, ja, ganz, ganz cool gebaut, aber ist auch nix, äh, high-end, da wird premiummäßig und ein klein Fernseher, wo, äh, eine Dokumentation über die, ähm, von Lego so gemochte Brücke läuft, dann kann man hier auf jeden Fall das nochmal abnehmen, von außen hier noch mit, ähm, ja, ein bisschen Verzierung gebaut, habt ihr am Anfang aber gerade auch schon gesehen, deswegen, dann würde ich sagen, ähm, ist hier unten die Arztpraxis, da sind so zwei, ja, Sofen, Sofers, Couches angedeutet und ein Tisch mit einem, ja, einfach einfach so ein paar Tische und, also ein Tisch und da hinten ist noch so ein Papagei drin, ein sehr cooler, bunter, der ist echt, der ist echt schön, wenn man ihn mal so anguckt, verschiedene Farben mit, ähm, ja, mit Duo-Mode oder mehr Mode, auf jeden Fall ganz cool gemacht, hat auch, ähm, dieses ganz alte Papageien-Teil, was damals in den Karibik, äh, Piraten-Sets vorgekommen ist und noch eine Blume hier hinten und hier vorne eine, ja, eine Karte von einem Herz, ja, mit wie so einem Lego-Francis Hard Lake City-Dingsbums und, ja, dann haben wir noch ein Glas, wo ein, ein Fisch drin ist und hier hinten die Arztpraxis, wo wir einmal so Werkzeuge haben, eine Schere, eine Lampe mit irgendwas drunter und eine Spritze und der kleine Hase von dem Mädchen, der hier untersucht wird, so wie hier hinten irgendwas mit einem Frosch drin und hier noch ein, ein Schreibtisch oder ein Tisch mit Lampe und Brief, ein sehr schönes, ein sehr schöner neuer Briefprint, wenn er fokussieren würde und einer Zeitung, na gut, fokussiert jetzt einfach gar nicht, auch cool und hier hinten ein kleiner Balkon, auf den man auch raus kann, ist auf jeden Fall ganz schön und unten das mit am hässlichsten, ähm, mit am hässlichsten Teil des Gebäudes, haben wir einmal hier, ja, die, ähm, Conor Garage, also das, was die Conor Garage den Namen gibt und, ja, dann haben wir hier hinten einmal so eine Hebebühne, die man auch aufklappen könnte, wenn man, ähm, wollte und hier fest genug gegendrückt und das Teil sich nicht jedes Mal verhaftet, wenn man jetzt drückt, dann geht das ganz schwer hoch, also, ne, es ist, es geht halt auch nicht weit hoch, es ist relativ schlecht konzipiert, da könnte man auch ein Auto draufstellen, das nicht so groß ist, aber hier ist leider kein Auto dabei, das in die Werkstatt reinfahren könnte, zumindest der Truck, also der könnte da drauf, aber das ist definitiv nicht für den gedacht, weil wenn man jetzt drückt, ist es, man hebt es halt wirklich ganz leicht an, es ist, es ist keine starke Konstruktion, würde ich mal sagen, da haben wir hinten halt einen kleinen Ausgang mit einer Lampe und noch so einem Oktanfass und hier, ja, irgendwas mit Reifen und hier so ein kleiner Wagen, aber der Wagen, den finde ich echt cool, der ist, der ist ziemlich schön gebaut und halt, ja, eine Kasse mit, ähm, einem 100-Geld-Schein und hier verschiedene Sachen, vielleicht, ähm, vielleicht sollen das, ähm, Dosen oder sowas sein, Getränke und daneben doch mal Reifen zum Wechseln und wirklich nicht viel, also sofort eine offene Treppe, die man halt hoch zur Arztpraxis gehen kann, aber ja, dann würde ich sagen, das war's von der Modular Building, tatsächlich einmal nicht so lange geht's hier zur Modular Building, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert, würde ich sagen, hau da rein, ciao! Ciao!